so hier sind wir wieder und wir müssen ja immer noch unseren usb stick irgendwie bekommen aber die dame lässt uns nicht rein tafel da bin ich rein auch komisch anbieten zurück so normal wirst du das ich tun also hat das doch wieder mit victoria zu tun was hat sie gesagt der beweis ist in dem zimmer von victoria jetzt muss ich nur das zimmer von der victoria finden das muss ja irgendwo hier auf dem gang sein da ist victoria wenn die mich erwischt hier drin kriege probleme die victoria mich ja drin erwischt aber da sieht man sie ist natürlich richtig mit viel geld ausgestattet kostet ja nur 3600 dollar so laptop oh oh die ist aber gemein diese victoria was haben wir hier noch vermissen poster das hängt ja überall rum die ist die ist eher besessen von den lehrer 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 so und dann hoffen wir mal dass wir auch jetzt dann auch an unseren usb stick kommen lehrer 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 über wenn du Ich bin dumm stolz. Ich bekomme dir das Essen. Ich liebe mich immer noch? Und du machst mein Lager. Danke, Max. Du bist wie der Blackwell-Ninja. Jetzt schauen wir, was Zach hat zu sagen über Victoria. Du hast mich frei. Danke. Warrens-Flash-Drive ist auf meiner Tasche. Almost fertig. Geh den Flash-Drive und dann gehen wir Warren. Erstmal gucken wir uns noch mal ein bisschen um. Was haben wir hier? Cheerleader-Outfit. Hm. Was ist denn hier passiert? Dass er Dana also einen Laufpass gegeben hat? Okay, jetzt ist klar, warum. Warum er abgehauen ist. Äh, Max? Das ist meine. Danke. Entschuldigung. Du bist nicht hilfreich. Du bist nur knusig. Ich denke, du besser gehst. Ah. Ja, wir spuren zurück. Gut, gut, gut. Also die Fähigkeit hätte ich gerne im echten Leben. So, da ist der USB-Stick. Also ihr Freund hat, ist abgehauen, sozusagen. Sie ist schwanger, also, nö. Das wäre ein cooles Sticker, ohne die Worte. Das hätte wahrscheinlich gesagt. Tschüssi, Koski. Ähm, ich habe ein Gerücht gehört. Was? Äh, du bist schwanger? Äh, geht mir nichts an, wer es ist. Oder wer dann? Ich weiß ja, ist es dieser Logan? Ich frage trotzdem. Okay. Mutterschaftsbuch. Ja, sehr wichtig. So. USB-Stick. Ja, was denn? Oh, Mama hat auch geschrieben? Ach, der Direktor. Ja, ja. Das war nicht nett, mein Lieber. Das war nicht nett, mein Lieber. Alissa, move your head. If you insist, Max. Ups. Now that's what I'm talking about. I actually helped somebody. Und du, hm? Get lost, hipster. I'm not doing any interviews. Ja, ich mag dich auch. Ah. Ah. Sehr nett. Oh. Was ist hier denn? Gut. So, don't think I'm blind. I see everything here at Blackwell. Do you understand what I'm saying? No, and leave me alone. Foto machen oder eingreifen? Ach komm, wir greifen ein. Hey. Why don't you leave her alone? Excuse us. This is official campus business. Excuse me. You shouldn't be yelling at students or bullying. Hey. Hey. Nobody is bullying anybody. I'm doing my job. No, you're not. You're part of the problem, Missy. I will remember this conversation. Oh, Max. That was great. I think you scared him for once. I have to go. But thank you. It means a lot. Anytime, Kate. I think I have Kate I feel like a everyday hero helping Kate. But now Officer David Dickhead is after me. Maybe I should rewind and mind my own business. No, no, no. We hold ourselves this time not out. I think the decision was right. I think the decision was right. Oh, I'm glad I stepped in that time. I can't stand it. I can't see people being bullied. Ja, Mobben ist eine der schlimmsten Sachen, die es gibt auf der Welt, glaube ich. Oh, was ist los? Juliet, was ist los? Ja, komm. Tut mir ja leid, wegen Zack. Oh, was ist da denn? Aber überall sind hier diese vermissten Poster. Hier steht so ein alter Wohnmobil. Genau. Ja, ja. Ja, ja. Ich muss das machen. Na, Warren. Du hast aber kein gutes Auto. Ja, mutig ist er. Das Auto könnte ich derzeit auseinanderfallen. Oh, Moment. Ja, nochmal das vermissten Poster. So, hier ist der USB-Stick, mein Lieber. Was ist das? Was ist das, Max? Wie geht's dir? Hier ist dein Flash. Danke. Kein Problem. Check out my new wheels. Cool. Sehr oldschool. 1978, zu be exact. Jetzt können wir nach der Drive-In. Es gibt einen in Newburgh, nur 60 Meter entfernt. Du bist in der falsche Zeit, Warren. Aber dann, so am ich. Du bist okay? Ah, ich möchte aber nicht drüber reden, mein Lieber. Ich möchte nicht darüber reden, was ich nicht zu sprechen. Ich möchte nicht darüber reden. Du bist heute ein bisschen entszündig. Ich würde nicht deine Glückwunsch, Warren. Ich bin heute nicht in der mood. So, hast du eine Chance, zu schauen, die Movie-Bootie auf meiner Flashdriebe? Ja, danke. Du hast ein bisschen cooles Schein da drin. Von Akira bis Twilight Zone? Was ist heute nicht so gut. Ich bin ein Pop-Kultur-Pirate-Konnoisseur. Äh, äh, ne, das gucke ich mir nicht an. Ja, muss sein. Ja, komm, ich muss dir was sagen. Ich muss sprechen mit jemandem, um es aus meinem System zu entfernen. Dr. Warren Graham ist in der Haus. Ich werde dir überhaupt keine Medikation geben. Sag mir alles. Für echtes, Warren, das ist zwischen dir und mir, nicht Social Media. Nicht zuhörst mich. Max, weiter. Ich hatte diese unglaublich bizarrere Erfahrung in Mr. Jefferson's class heute. Ich meine, das ist ein Leben veränderungsvoller. Hast du niemals einen Traum so real, wie ein Film? Max Caulfield, richtig? Du bist einer von Jefferson's Fotogroopie? Ich bin einer seiner Studenten. Was für immer. Ich weiß, dass du Bilder machst, besonders wenn du in den Bästern bist. Du musst mir sagen, was du gesehen hast, jetzt. Ganz ruhig, ganz ruhig. Geh ein Schritt zurück, Nathan Prescott. Oh man, du sagst mir was zu tun? Geh weg von ihm, Mann! Hey, leave ihn allein! Niemand sagt mir was zu tun! Nicht meine Eltern, nicht der Prinzip, oder der wunderschöne in der Bästern! Stop das! Max? Chloe? Keine Ahnung. Du wieder. Warren! Geh weg! Ich habe das! Geh weg, Max! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Keine Ahnung! Keine Ahnung! Keine Ahnung! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Nathan Prescott ist verletzt! Und gefährlich! Der Tag nie endet. Oh, und danke Chloe! Nach fünf Jahren, du bist immer Max Caulfield. Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Ich bin wirklich glücklich, dich zu sehen! Oh, und danke Chloe! Es macht perfekt Sinn, dass ich dich heute sehen würde. Ja, es war so ein Tag. Was will dieser Freak mit dir? Ah, naja. So sicher bin ich mir noch nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, er ist ein Prescott. Und ein Scheiße. Dein Freund hat dich wirklich für dich gestohlen. Warren? Ja, ich lebe ihm viel Zeit. Du bist nicht der einzige in Debt. Und du hast schon Probleme. Ich dachte, es würde hier so kalt sein. Es fühlt sich so weir, zurück zu sein. Also ich glaube, Seattle hat hart verletzt. Ja, Seattle war nicht so toll wie hier. Äh, ne, eigentlich für den Lehrer. Ich bin ein ziemlich famouser Fotografer in den 90ern. Ich habe immer seine Arbeit liebte. Diejenigen, die es nicht tun tun tun. Ich bin glücklich, dass du einen guten Grund zurückkommst. Du denkst nicht, ich bin glücklich, dich zu sehen? Nein. Du warst glücklich, fünf Jahre zu warten, ohne einen Telefon oder sogar einen Text. Oh. Ja, haha. Mehr als leid tun kann ich nicht sagen. Ich bin sorry. Ich weiß, dass Dinge auf dich schwer waren, als ich ging. Wie du das wissen? Du warst nicht hier. Ich habe nicht meine Eltern gefordert, eine spezielle Art, um dich zu machen, Chloe. Du warst bei Blackwell für ungefähr ein Monat, ohne mich zu wissen. Enough gesagt. Ich wollte nur erst einmal sein, und nicht sein so ein klisch, klischee-geek. Ich würde dich absoluten kontaktieren. Ich hoffe, dass du diese schmerzen Begrüß auf Mr. Jefferson benutzt. Du benutzt sie auf mich, Max. Einschränk not LOL Buche ich meinen Film Muy transportationiert. Wie habe ich das motorsport seit einem Alter bekommen. Meine Stepdouche hat ein Bootload von Geräten. Vielleicht kannst du es in meinem Ort fixieren. Ich brauche sehr spezifische, kleine Geräte. Dertalert. Meine Stepdad hat eine vollständige Garage. Und er ist tatsächlich eine kleine Geräte. Willkommen nach Hause, Max. Komm schon in, bitte nicht schütt. Die Haus ist noch schön. Home, shit, home. So, aber wie es jetzt weitergeht, inkluiert Zimmerchen, seht ihr in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao.